Herzlich willkommen zu unserem zweiten Lecturecast zur gesetzlichen Erbfolge. Wir wissen dazu schon einiges. Wir wissen, wann die gesetzliche Erbfolge zur Anwendung kommt, 727 ABGB. Wir wissen deshalb auch, warum wir die gesetzliche Erbfolge brauchen, weil einfach sehr viele Erblasser kein Testament oder kein gültiges Testament hinterlassen. Und wir haben auch schon den Gedanken der gesetzlichen Erbfolge verstanden. Es geht darum, dass der hypothetische Erblasserwille im Gesetz festgeschrieben wird. Was würde der typische Erblasser in der Situation verfügen? Und daraus folgt der Gedanke der Familienerbfolge, den wir schon aufsplitten konnten in die Verwandtenerbfolge auf der einen Seite und in das Ehegartenerbrecht auf der anderen Seite. Wir haben uns in unserem ersten Lecturecast nur mit der Verwandtenerbfolge beschäftigt. Wir haben das Parenthelensystem kennengelernt und gelernt, wie wir innerhalb dieses Parenthelensystems den Nachlass verteilen. Auffällig war, dass der Ehegatte bisher nie vorgekommen ist. Und das hat einen guten Grund. Ehegatte und Verwandtenerbfolge stehen in einer gewissen Wechselbeziehung zueinander. Das heißt, wie viel der Ehegatte bekommt, hängt davon ab, mit wem er konkurriert. Und das ist natürlich ein rechtspolitisch durchaus interessantes und schwieriges Thema. Die Erbportion des Ehegatten ist über die Zeit immer größer geworden. Die große Erbrechtsreform 2015 bildet dort jedenfalls vorläufig den Abschluss. § 744 ABGB sieht nämlich jetzt vor, dass der Ehegatte neben der ersten Parenthel, also wenn er mit den Kindern und Kindeskindern des Erblassers konkurriert, ein Drittel bekommt. Neben den Eltern des Erblassers, und das ist schon eine wichtige Neuerung, bekommt der Ehegatte zwei Drittel. Allerdings werden die Regeln, die sonst in der zweiten Parenthel zur Anwendung kommen würden, nämlich die Regeln über die Repräsentation und über die Anwachsung zugunsten des Ehegatten modifiziert. Schauen wir uns das anhand einiger Beispiele an und dafür können wir ganz unkompliziert auf die Beispiele aus dem PSK zurückgreifen. Wenn wir einen Blick auf diese Skizze werfen, dann sehen wir gleich, dass der Ehegatte in Konkurrenz mit der ersten Parenthel steht, weil Kinder und Kindeskinder des Erblassers vorhanden sind. Und wir wissen damit auch, dass nach § 744 ABGB wird im Ehegatten ein Drittel schon einmal dazuschreiben können und dass es bei diesem Drittel auch bleiben wird. Egal was sich in der ersten Parenthel tut, egal ob Kinder vorverstorben sind oder nicht, der Ehegatte hat seine fixe Erbportion, an der sich nichts mehr ändert. Und wenn Sie bei der Prüfung mit solchen Fällen zu tun haben, dann empfiehlt sich auch zuerst ein Blick ins Parenthelensystem. Mit wem konkurriert der Ehegatte. Und wenn, wie hier, die Konkurrenz mit der ersten Parenthel besteht, dann können Sie dem Ehegatten fix ein Drittel dazuschreiben und das war's für den Ehegatten auch schon. Die restlichen zwei Drittel, die verteilen wir jetzt in der ersten Parenthel und wir tun das nach genau den Regeln, die wir schon kennengelernt haben, nämlich nach den Regeln des § 732 und folgende ABGB. Das heißt, wir verteilen innerhalb der ersten Parenthel nach Köpfen. Das würde bedeuten, dass die zwei Drittel, die noch übrig bleiben, an die drei Kinder gehen. Ein Kind ist vorverstorben. Wir könnten dem Kind seine zwei Neuntel, die daraus resultieren, in Klammer dazuschreiben. Und damit sehen wir, dass die zwei Neuntel dieses vorverstorbenen Kindes eine freigewordene Erbportion sind. Wir erinnern uns an die Grundregel, dass Repräsentation vor Anwachsung geht. Das ändert sich nicht, wenn ein Ehegatte im Spiel ist. Und damit werden die zwei Neuntel des vorverstorbenen Kindes von den Enkelkindern repräsentiert. Wichtig ist, dass wenn wir sagen, dass sich an den allgemeinen Regeln durch das Vorhandensein des Ehegatten hier nichts ändert, wir immer eins bedenken müssen. Der Ehegatte erbt als Person, als Ehegatte. Das bedeutet, wenn der Ehegatte vorverstorben ist, dann kann er nicht repräsentiert werden. Wenn der Ehegatte selbst etwa noch ein Kind aus einer anderen Ehe oder ein außereheliches Kind hinterlässt und der Ehegatte vorverstorben ist, dann gibt es schlicht und ergreifend keinen Ehegatten und dann gibt es auch kein Ehegattenerbrecht und damit auch nichts zu repräsentieren. Schauen wir weiter. In dem Fall ist der Erblasser kinderlos gestorben, das heißt die erste Parentel ist leer. Es gibt aber Eltern des Erblassers und einen Bruder des Erblassers, das heißt wir befinden uns hier in der zweiten Parentel. Und dazu ordnet § 744 an, dass der Ehegatte neben Eltern des Erblassers zwei Drittel bekommt. Auch diese zwei Drittel können wir dem Ehegatten schon fix hinschreiben. Aber Vorsicht, er erbt nicht neben der zweiten Parentel zwei Drittel, er erbt neben den Eltern zwei Drittel. Und das bedeutet, dass das restliche Drittel eben auf die beiden Elternteile aufgeteilt wird. Man könnte also auch einfach sagen, der Ehegatte erbt zwei Drittel und jeder Elternteil ein Sechstel. Wenn jetzt ein Elternteil vorverstorben ist, wenn etwa die Mutter des Erblassers schon vorverstorben wäre, dann wissen wir, wozu allgemeine Regeln führen würden. Allgemeine Regeln würden dazu führen, dass der Bruder des Erblassers als Repräsentant der Mutter an ihre Stelle tritt. Das heißt, dass das Sechstel der Mutter zum Bruder runter wandert. Das verhindert allerdings § 744 ABGB. Die Repräsentation wird ausgeschlossen. Das Sechstel, das der Bruder bekommen würde, wird daher dem Ehegatten dazugeschlagen. Er bekommt also die zwei Drittel, die er ohnehin schon hat, plus das Sechstel, das durch den Tod der Mutter frei geworden wäre. Und das gilt nicht nur für die Repräsentation, sondern, und das ist eigentlich ganz konsequent, auch für die Anwachsung. Wenn wir also auch den Bruder vorversterben lassen, wenn also die Mutter keinen Repräsentanten hätte, dann käme es nach allgemeinen Regeln dazu, dass der Vater das Sechstel der Mutter bekommen würde, dass dem Vater dieses Sechstel anwachsen würde. Aber auch diese Anwachsung wird durch das Ehegattenerbrecht verhindert. Das Sechstel der Mutter, das damit endgültig frei geworden ist, würde also auch in dieser Situation dem Ehegatten anwachsen. Dadurch sehen wir, dass die allgemeinen Regeln modifiziert werden, sodass also Repräsentation und Anwachsung ausgeschlossen sind. Die Eltern bekommen wirklich ihren Anteil als Elternteil. Ein Sechstel für die Mutter, ein Sechstel für den Vater. Im Fall des Vortodes geht das Sechstel an den Ehegatten. Sind, um unser Beispiel abzuschließen, beide Eltern vorverstorben, dann bekommt der Ehegatte deshalb ganz unkompliziert das Ganze. Wir sehen also, dass dem Gesetzgeber das Ehegattenerbrecht ein großes Anliegen ist und wie gesagt, aus historischer Perspektive ist das Ehegattenerbrecht mit der Zeit immer stärker geworden. Es wundert uns deshalb auch nicht, dass der Ehegatte natürlich einer der Pflichtteilsberechtigten ist, nämlich in Kombination mit den Deszendenten, 757 ABGB. Sein Pflichtteil beträgt die Hälfte vom gesetzlichen Erbteil. Und diese besondere Stellung des Ehegatten kommt nicht nur darin zum Ausdruck, dass er auch Pflichtteilsberechtigter ist, sondern kommt auch darin zum Ausdruck, dass ihm nach § 745 ABGB neben seinem Erbteil noch etwas Zusätzliches zusteht, nämlich das sogenannte Vorausvermächtnis oder manchmal auch nur der Voraus genannt. Dieses Vorausvermächtnis hat zwei Komponenten. Einerseits steht dem Ehegatten das zu, was zum gemeinsamen Haushalt gehört. Das ist nicht nur das Geschirr, das sind die Möbel, das sind aber auch wertvolle Teppiche oder wertvolle Bilder. Darüber kann der Erblasser eigentlich gar nicht letztwillig verfügen. Der Gedanke ist, dass dem Ehegatten seine gewohnte Umgebung erhalten bleiben soll. Jetzt ist ohnehin schon der Ehepartner gestorben, dann soll er nicht auch noch sein Lebensumfeld verlieren. Und wenn man das bedenkt, dann wundert es nicht, dass neben den Gegenständen, die zum gemeinsamen Haushalt gehören, noch etwas anderes im Vorausvermächtnis inkludiert ist, nämlich das Recht in der Ehewohnung weiter zu wohnen. Es würde ja wenig bringen, wenn man zwar die Möbel behalten darf, aber die Wohnung nicht. Dieses Recht in der Ehewohnung weiter zu wohnen klingt auf den ersten Blick sehr eindrucksvoll und praktisch sehr bedeutend. Tatsächlich ist es das aber nicht. Warum? Weil in den allermeisten Konstellationen Sonderregeln ohnehin dafür sorgen, dass der Ehegatte in der Wohnung bleiben kann. Man muss nur an § 14 Absatz 3 des Mietrechtsgesetzes denken für eine Wohnung, die dem MRG unterliegt. Dort tritt der Ehegatte, möglicherweise auch andere Personen, aber jedenfalls der Ehegatte in das Mietrecht ein. Er behält daher seine Umgebung. Ähnliche Regeln hätten wir in § 14 des Wohnungseigentumsgesetzes, wenn die beiden Ehegatten Wohnungseigentümer waren. Das heißt, der Anwendungsbereich des Vorausvermächtnisses ist, was das Wohnrecht anlangt, gar nicht so groß. Aber man muss sich etwa nur eine Situation vorstellen, wo der Ehegatte, der verstorben ist, eine Wohnung allein hatte oder wo der Ehegatte, der verstorben ist, eine Villa allein hatte. Dafür gibt es keine Sonderregeln. Und damit führt erst § 745 BGB über das Vorausvermächtnis dazu, dass der überlebende Ehegatte dort bleiben kann. Er wird nicht Eigentümer. Das heißt, die Villa, die Wohnung wird nicht sein Eigentum. Er hat einen schuldrechtlichen Anspruch, weiter in dieser Wohnung zu bleiben. Praktisch, wie gesagt, hat dieser schuldrechtliche Anspruch damit gar nicht so viel Bedeutung, weil in den meisten Fällen schon andere Normen zum selben Ergebnis führen. Und praktisch auch nicht besonders viel Bedeutung hat der Umstand, dass der Ehegatte auch ein Recht auf Unterhalt hat. Das klingt auch sehr bedeutend. Warum ist es nicht so bedeutend? Weil alles das, was der Ehegatte anlässlich des Todes erhält, nämlich insbesondere ohnehin sein Erbteil, aber auch Leistungen aus der Sozialversicherung, eine Witwenpension und so weiter, eine Lebensversicherung, müsste sich der Ehegatte auf diesen Unterhaltsanspruch anrechnen lassen. Es wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass ich bis jetzt immer nur vom Ehegatten gesprochen habe. Aus erbrechtlicher Perspektive ist mit dem Ehegatten völlig gleichgestellt der eingetragene Partner. Sie wissen allerdings auch, und es gibt dazu auch einen eigenen Lecturecast, Sie wissen allerdings auch, dass seit einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs die Ehe nicht mehr nur gemischtgeschlechtlichen Paaren offen steht, so dass die Zukunft der eingetragenen Partnerschaft nicht mehr ganz so bedeutend ist. Ich weise deshalb nur darauf hin, dass alles, was ich zum Ehegatten sage, auch für den eingetragenen Partner gilt. Für ihn und für den Ehegatten gilt daher auch, dass Voraussetzung für das Ehegattenerbrecht das aufrechte Eheband im Zeitpunkt des Todes des Erblassers ist. Das bedeutet insbesondere, dass nach einem abgeschlossenen Scheidungsverfahren und da geht es aus prozessualer Perspektive gesprochen um den rechtskräftigen Abschluss des Scheidungsverfahrens, dass wenn also so ein Scheidungsverfahren abgeschlossen worden ist und damit das Eheband, wenn man es sich plastisch vorstellen möchte, durchschnitten wurde, es kein Ehegattenerbrecht mehr gibt. Der geschiedene Ehegatte ist nicht erbberechtigt. Und wie ich vorher schon gesagt habe, an seine Stelle tritt auch niemand anderer. Wenn es keinen Ehegatten gibt, gibt es kein Ehegattenerbrecht. Was man allerdings bedenken muss ist, dass in zwei Situationen es auch schon eine gewisse Vorwirkung der Scheidung geben kann. Die eine Situation betrifft die gesetzliche Erbfolge. Wenn nämlich schon ein Scheidungsverfahren anhängig ist und es eine Vereinbarung über die Güteraufteilung zwischen den Ehegatten gibt. Man denke an ein laufendes Verfahren über eine einvernehmliche Scheidung. 55a Ehegesetz. Wenn ein solches Verfahren schon anhängig ist und es eine Vereinbarung über die Güteraufteilung gibt, dann kommt nicht das Erbrecht zum Tragen, sondern dann wird diese Vereinbarung durchgeführt. Nach dem Motto, die Ehegatten haben sich ja ohnehin schon überlegt, wie diese Ehe aufzulösen ist, wie vermögensrechtlich über diese Ehe disponiert wird, dann muss das Erbrecht diese Funktion nicht mehr übernehmen. Das ist, und mein Beispiel war ganz bewusst gewählt, bei der einvernehmlichen Scheidung durchaus schlüssig, ob das auch gilt, wenn es nicht eine Vereinbarung im jeweiligen Scheidungsverfahren ist, sondern das, was man als Ehevertrag kennt. In Wirklichkeit meint man damit Vorwegvereinbarungen oder Vorausvereinbarungen, die in gewissem Umfang ja zulässig sind. Ob auch für solche Vereinbarungen bei anhängigem Scheidungsverfahren das gesetzliche Erbrecht wegfällt, das ist umstritten und erscheint durchaus zweifelhaft. Einen Gedanken, der mit dem gesetzlichen Erbrecht nichts zu tun hat, aber unmittelbar aus der Ehescheidung folgt, nach der Zweifelsregel löschen Testamente, die den anderen Ehegatten begünstigen, nicht erst mit Abschluss des Scheidungsverfahrens, sondern schon mit Einbringung der Scheidungsklage. Das ist konsequent, denn auf eine testamentarische Begünstigung habe ich keinen Anspruch und üblicherweise wird man denjenigen, von dem man sich gerade scheiden lassen möchte, nicht unbedingt noch im Testament begünstigen wollen. Zum selben Ergebnis könnte man kommen, wenn man über einen Motivirrtum nachdenkt, den Motivirrtum nämlich über den Bestand der Ehe beziehungsweise den Motivirrtum über den guten Zustand der Ehe, aber das macht das Gesetz gar nicht mehr notwendig, es dreht in Wirklichkeit die Beweislast um, es muss nicht bewiesen werden, dass der Ehegatte, der verstorben ist, nicht gewollt hätte, dass der in Scheidung befindliche Ehegatte bedacht wird, sondern es genügt, dass die gesetzliche Zweifelsregel ist, dass das Testament erlischt. Damit bleibt eigentlich nur noch ein Punkt. Wir haben gesehen, wie das Erbrecht der Ehegatten ausgestaltet ist, wir haben gesehen, dass das Erbrecht eingetragener Partner ganz gleich läuft, was wir noch nicht wissen ist, wie es eigentlich mit Lebensgefährten ausschaut. Das ist etwas, was das Gesetz in Österreich immer relativ stiefmütterlich behandelt hat. Es gibt einzelne Normen und die sind auch durchaus praktisch wichtig, wo der Lebensgefährte vorkommt. Denken Sie an den schon angesprochenen § 14 Absatz 3 des Mietrechtsgesetzes. Dort kann auch der Lebensgefährte in das Mietverhältnis eintreten, wenn der Mieter stirbt. Aber ansonsten hat der Lebensgefährte erbrechtlich nie eine große Rolle gespielt. Es gab immer ein bisschen die Sorge, dass man nicht so genau weiß, wann jemand eigentlich wirklich Lebensgefährte sein soll und wann das Ganze nur eine lose Beziehung ist, die eine erbrechtliche Begünstigung nicht rechtfertigt. Der Gesetzgeber wollte das jetzt ändern. Der Lebensgefährte ist jetzt im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch aufgenommen. Er hat nach § 748 ABGB so eine Art außerordentliches Erbrecht. Der Gedanke, den der Gesetzgeber gefasst hat und man kann das den Materialien entnehmen, das heißt bei historischer Interpretation ist der Gedanke ganz plastisch. Der Gesetzgeber hat sich gedacht, wenn jemand keine Kinder hat, die sollten immer vorgehen. Wenn jemand keine Kinder hat, dann wird er wahrscheinlich wollen, dass der Lebensgefährte erbt. Allerdings hat dieser gesetzgeberische Gedanke seinen Weg nur in die Materialien gefunden und nicht ins Gesetz. Denn im Gesetz ist vorgesehen, dass der Lebensgefährte nur dann zum Zug kommt, wenn alle anderen gesetzlich erbberechtigten nach der Verwandtenerbfolge nicht vorhanden sind. Wenn also, werfen wir einen Blick auf das Parentelsystem, wenn das gesamte Parentelsystem ausgestorben ist. Und das führt dazu, dass die praktische Bedeutung dieses außerordentlichen Erbrechts des Lebensgefährten wirklich sehr, sehr begrenzt sein wird. Und gleichzeitig, das ist kein erbrechtliches Spezifikum, ist das ein Beispiel dafür, wo die Grenzen historischer Gesetzesinterpretation liegen. Denn wenn wir in die Gesetzesmaterialien schauen, dann finden wir einen Willen des Gesetzgebers für ein relativ starkes Lebensgefährtenerbrecht. Aber dieser Wille des Gesetzgebers hat im Text des Gesetzes keinen Niederschlag gefunden. Offenbar hat sich der politische Wille in der Zwischenzeit geändert. Und deshalb können wir das, was in den Materialien zum Ausdruck gebracht wurde, nicht für die Interpretation des § 748 ABGB berücksichtigen. Zusammengefasst sehen wir, der Lebensgefährte ist immer noch ein berechtigter zweiter oder gar dritter Klasse. Er bekommt wirklich nur, wenn sonst niemand etwas bekommt. Das Erbrecht des Ehegatten und des eingetragenen Partners, das sollte ganz bewusst gestärkt werden. Die Portion, die der Ehegatte bekommt, bestimmt sich immer in Relation zu den Verwandten, mit denen er konkurriert. Aber das Erbrecht ist, wenn wir einen Blick auf den Ehegatten werfen, eine ganz stark ausgestaltete Rechtsposition. Stark ausgestaltet deshalb nicht nur, weil die Quote über die Zeit mehr geworden ist, sondern weil der Ehegatte auch Pflichtheitsberechtigt ist und weil der Ehegatte auch in den Genuss des Vorausvermächtens kommt.